Nächste Woche findet das größte GTA 5 Abo Treffen statt, denn Venom Ames, also ich, Julex und Easy Stretcher, wir werden am Freitag, den 25. August, also nächsten Freitag, auf der Gamescom und auch abends am Kölner Dom ein GTA 5 Abo Treffen machen. Und jeder von euch darf kommen und das Beste ist, wir werden auf diesen Abo Treffen GTA Dollar an euch verschenken bzw. verlosen. Wir haben auf jeden Fall zwei, wenn nicht sogar drei Abo Treffen geplant, ich kann es ganz kurz mal erwähnen, am Freitag, den 25. August, werden wir uns mittags auf der Gamescom treffen, abends am selben Tag, also auch am 25. August ungefähr um 19.30 Uhr am Kölner Dom und am Samstag, also einen Tag später, den 26. August, dann auch nochmal auf der Gamescom. Wenn du auf der Gamescom bist oder aus Nordrhein-Westfalen kommst, schreib mir einfach eine Nachricht auf Instagram und dann mache ich dich in unsere Gruppe rein für das Abo Treffen und ich hoffe, möglichst viele von euch persönlich kennenlernen zu können. Es ist Donnerstag in GTA 5 Online, das heißt, wir haben eine brandneue Eventwoche am Start mit neuem Casino-Auto, neuen Rabatten und natürlich auch neuen Game-Methoden. Alle Infos zur Eventwoche bekommst du hier in diesem Video, kurz und knapp zusammengefasst, falls du neu bist, lass auf jeden Fall hier ein Abo da, denn wir sind so kurz vor den 70.000 Abonnenten. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir das vielleicht irgendwann schaffen. Lass ein Like da, wenn es dir gefällt und ich würde sagen, wir starten direkt rein ins Video. Ganz kurz, nicht wundern, warum ich gerade in einem anderen Raum bin. Ich bin aktuell noch im Urlaub in der Türkei, heißt, ich habe gerade kein PC und auch keine richtige Kamera, deswegen nehme ich das Ganze so auf. Aber ich hoffe, das passt. Ich meine, alle Infos, die bekommt ihr trotzdem. Und jetzt, let's go! So, wir beginnen wie immer mit dem neuen Casino-Auto von dieser Woche und das ist jetzt seit heute der Albany Roosevelt Whaler und den können wir jetzt eben kostenlos für 0 Dollar im Casino bekommen. Heißt, wenn du das Auto gratis haben willst, geh einmal am Tag ins Casino, dreh dort am Glücksrad und mit etwas Glück bekommst du den Wagen dann eben kostenlos. Dann würde ich sagen, machen wir direkt weiter mit den Rabatten. Wir starten rein mit 40% Rabatt auf den Benefactor XLS. Dann geht es weiter mit 40% Rabatt auf den Pegasi Tempesta. Außerdem haben wir 40% Rabatt auf den Wapid Apocalypse Imperator, 40% auf den Wapid Future Shock Imperator und dann haben wir weiterhin 40% auf den Wapid Nightmare Imperator und wir haben 40% auf den Weenie Apocalypse Easy und wir haben auch 40% auf den Weenie Easy Classic. Dann geht es weiter mit 30% Rabatt auf den Overflut Entity XXR und auch noch 30% Rabatt auf den Progen ETD GTB. Also ihr seht sehr, sehr viele Fahrzeuge, die in dieser Woche im Angebot sind, aber das war noch nicht alles, denn wir haben auch noch Unternehmen, also Business Möglichkeiten, die wir reduziert bekommen. Und zwar bekommen wir 30% Rabatt auf die Spezial Cargo Warenhäuser und auch 30% Rabatt auf alle Büros sowie deren Modifizierungen und auch Upgrades. Also falls ihr noch kein Special Cargo Warenhaus habt oder noch kein Büro, dann auf jeden Fall in dieser Woche zuschlagen. Ihr spart euch jeweils 30% Rabatt. Machen wir weiter mit den Geldmethoden. Wir kriegen einmal in dieser Woche das Doppelte an GTA Dollar und das Doppelte an RP auf die Arena War Serie. Ist logisch, ich meine wir haben viele Arena War Fahrzeuge im Angebot, dementsprechend kriegen wir auch Doppelgeld bei Arena War. Dann geht es weiter mit zweifach GTA Dollar und RP bei den Spezial Fahrzeugmissionen im Büro und auch bei den Spezial Cargo Verkaufsmissionen im Büro. Da jeweils eben das Doppelte. Und dann haben wir auch noch das Dreifache an Geld und an RP auf die ganzen neuen Community Series Jobs, die heute ins Spiel gekommen sind. Also gerne mal abchecken, die Community Series, da kriegen wir das Dreifache. Und wir bekommen auch Dreifach Geld und Dreifache RP auf die Export Waren bei Spezial Cargo. Falls dir diese ganzen Geldmethoden nicht reichen und du sofort ein paar Millionen Dollar haben willst, zum Beispiel 100, 200 oder 300 Millionen Dollar, dann schauen wir mal ganz kurz bei meinem Partner JG Gaming vorbei. Da kann sich nämlich jeder von euch einfach so raussuchen, wie viele Millionen Dollar ihr sofort auf eurem Account haben wollt. Ist der allererste Link unter dem Video in der Beschreibung. Gerne abchecken und mit dem Rabattcode Venom10 bekommt ihr auf alles dort 10% Rabatt. Dort gibt es neben GTA Dollar auch Fortnite Skins, Slash of Clans, Accounts, FIFA Coins und ganz viel anderes zurück. Also abchecken, erster Link unter der Videobeschreibung. Dann geht es noch weiter mit dem Preisfahrzeug. Denn das neue Preisfahrzeug seit heute ist ja die Bushi Spectre. Und den können wir bekommen, indem wir eben die Preisfahrzeugherausforderung abschließen. Dafür müssen wir an drei Tagen hintereinander Top 3 bei einem Rennen der LSK mit Serie werden. Alle Testfahrzeuge, die es jetzt noch in den Autohäusern gibt, die siehst du hier gerade links oben eingeblendet. Und das soll es auch schon mit der Eventwoche gewesen sein. Ich muss sagen, ich bin einigermaßen zufrieden. Wir haben echt viele Rabatte. Wir haben auch einige Geldmethoden. Von daher passt das Ganze eigentlich. Schreib mal deine ehrliche Meinung hier in die Kommentare, wie viel von 10 Punkten würdest du diese Eventwoche geben. Ich gebe jetzt mal solide 7 von 10 Punkten. Mal schauen, was ihr sagt. Das war es. Lasst gerne ein Like, da lasst gerne ein Abo oder geht auf jeden Fall auf Instagram. Denn auf Instagram könnt ihr noch zweimal 100 Millionen Dollar gewinnen. Einfach dafür mein neuestes Foto liken. Drei Freunde kommentieren, mir folgen und dann habt ihr die Chance auf 100 Millionen Dollar. Und das direkt zweimal. Also zwei von euch können das gewinnen. Das war es, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ich sehe einige von euch auf der Gamescom. Sprecht mich gerne an, wenn ihr mich seht. Und dann haut rein, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.